Wolfgang Wüst ist ein deutscher Historiker und Professor für bayerische und fränkische Landesgeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, Leben. Wolfgang Wüst besuchte acht Jahre das Klosterinternat Ebtal und studierte nach seinem Abitur am humanistischen Zweig des Werdenfels-Gymnasiums in Garmisch-Partenkirchen in den Jahren 1973 bis 1979 die Fächer Geschichte und Anglistik für das Lehramt an Gymnasien an den Universitäten in Augsburg und in Edinburgh, Schottland. Anschließend war er Stipendiat der Bayerischen Akademie der Wissenschaften im Rahmen des Projektes Historischer Atlas von Bayern und Assistent am Lehrstuhl für Landesgeschichte an der Universität Augsburg. Im Jahr 1982 promovierte er zum Thema die herrschaftsbildenden Kräfte des Ancieregimes im Gebiet des Landkreises Günzburg im Rahmen des Forschungsprojektes Historischer Atlas von Bayern. Anschließend arbeitete Wüst von 1984 bis 2000 im Archivdienst des Freistaates Bayern und der Stadt Augsburg. Zuletzt als Direktor des Augsburger Stadtarchiversus in den Jahren 1993 bis 1995 war er als Stipendiat der Deutschen Volkswagen Stiftung vom Archivdienst freigestellt. 1996 folgte die Habilitation für Landesgeschichte, mittlere und neuere Geschichte mit einer Arbeit zum Thema Geistlicher Staat und Altes Reich, frühneuzeitliche Herrschaftsformen, Administration und Hofhaltung im Augsburger Fürstbistum. 1996 bis 2000 wirkte Wüst neben seiner archivischen Tätigkeit als Privatdozent an der Universität Augsburg. 2000 folgte er einem Ruf an die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er lehrt dort bayerische und fränkische Geschichte im regionalen und europäischen Vergleich. 2004 musste er einräumen, große Teile eines Aufsatzes abgeschrieben zu haben ohne die Quelle zu nennen. Forschung Die Forschungs- und Interessensgebiete Wüsts liegen in den Bereichen der Politik, Neueren, Kultur, Umwelt, Kommunikations, Verwaltungs, Rechts- und der Sozialgeschichte. Sie werden im regionalen Kontext des 12. bis 19. Jahrhunderts untersucht. An Einzelprojekten sind zu nennen. Hof- und Residenzenforschung Edition frühmoderner Policy-Ordnungen im fränkischen, schwäbischen und bayerischen Reichskreis Zensur- und Pressegeschichte Historische Atlasforschung Stadt-, Markt- und Ortsgeschichte im Vergleich Geistliche Staaten und Bistümer Nahtstellen zwischen Reichs- und Landesgeschichte Adelsforschung Regionale Industrialisierung Frühmoderne Umweltprobleme Punkt Mitgliedschaften Wolfgang Wüst gehört der Bayerischen und der Hallerschen Forschungsstiftung an Er ist Vorstands- bzw. Beiratsmitglied in der Gesellschaft für fränkische Geschichte, der fränkischen Geografischen Gesellschaft, der Kommission für bayerische Landesgeschichte, der Bayerischen Benediktiner Akademie, der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft, dem Institut für vergleichende Städtegeschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, dem Südwestdeutschen Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung, der Görres-Gesellschaft, in zahlreichen Geschichtsvereinen und im Zentralinstitut für Regionenforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg Außerdem ist er seit über einem Jahrzehnt Vorsitzender des Historischen Vereins für Schwaben-Schriften Als Autor Günzburg München 1983 Zensur als Stütze von Staat und Kirche in der frühmoderne Augsburg-Bayern, Chur-Mainz und Württemberg im Vergleich Einführung Zeittafel Dokumente München 1998 Geistlicher Staat und Altes Reich Brüneuzeitliche Herrschaftsformen Administration und Hofhaltung im Augsburger Fürstbistum München 2001 Ein aufgeklärter Ökonom im verfinsterten Hochstift Eichstätt, Spalt und der Hopfen Festvortrag gehalten anlässlich der 75-Jahr-Feier des Heimatvereins Spalterland T.V. Am 9. Oktober 2004 im Saal des Trachtenvereins in Spalt Spalt 2005 Als Herausgeber Reichskreis und Territorium Die Herrschaft über der Herrschaft Super-Territorialen Tendenzen in Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft Ein Vergleich Süddeutscher Reichskreise Siegmaringen 2000 Die gute Polizei im Reichskreis Zur frühmodernen Normensetzung in den Kernregionen des Alten Reiches Bd. 1 Der Schwäbische Reichskreis unter besonderer Berücksichtigung Bayerisch-Schwabens Berlin 2001 Pressewesen der Aufklärung Periodische Schriften im Alten Reich Berlin 2001 Geistliche Staaten in Oberdeutschland im Rahmen der Reichsverfassung Kultur, Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft, Ansätze zu einer Neubewertung Äpfendorf 2002 Die gute Polizei im Reichskreis Zur frühmodernen Normensetzung in den Kernregionen des Alten Reiches Bd. 2 Der Fränkische Reichskreis Berlin 2003 Die gute Polizei im Reichskreis Zur frühmodernen Normensetzung in den Kernregionen des Alten Reiches Bd. 3 Der Bayerische Reichskreis und die Oberpfalz Berlin 2004 Frankenstädte und Territorien als Kulturdrehscheibe Kommunikation in der Mitte Deutschlands interdisziplinäre Tagung vom 29. bis 30. September 2006 in Weißenburg i Bayern Ansbach 2008 Die gute Polizei im Reichskreis Bd. 4 Die lokale Polizei, Normensetzung und Ordnungspolitik auf dem Lande Ein Quellenwerk Berlin 2008 Aufbruch in die Moderne Bayern, das Alte Reich und Europa an der Zeitenwende um 1800 Neustadt Eisch 2010 Als Mitherausgeber Forschungen zur bayerischen und schwäbischen Geschichte gesammelte Beiträge von Pankratzfried Zu seinem 65. Geburtstag Siegmaringen 1997 Pressewesen der Aufklärung Periodische Schriften im Alten Reich Berlin 2001 Der Augsburger Religionsfriede 1555 Ein Epochenereignis und seine regionale Verankerung Augsburg 2005 Mikro-Meso-Makro-Regionen-Forschung im Aufbruch Vergleichende Perspektiven Erlangen 2005 Bayern, Schwaben und das Reich Festschrift für Pankratzfried zum 75. Geburtstag Augsburg 2007 Grenzüberschreitungen Die Außenbeziehungen Schwabens in Mittelalter und Neuzeit Augsburg 2008 Schwaben und Italien Zwei europäische Kulturlandschaften zwischen Antike und Moderne Aufsätze zur Bayerischen Landesausstellung 2010 Bayern Italien in Füssen und Augsburg Augsburg 2010 Höfe und Residenzen geistlicher Fürsten Strukturen, Regionen und Salzburgs Beispiel in Mittelalter und Neuzeit Internationale und interdisziplinäre Tagung in der Salzburger Residenz 19. und 22. Februar 2009 Ostfildern 2010 Geschichte und Erinnerung Die süddeutsche Textillandschaft Von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart Internationale Tagung im Schwäbischen Bildungszentrum vom 6. bis 8. Juni 2008 Augsburg 2010 Untertitelung im Auftrag des ZDF